Herzlich Willkommen zu meinem nächsten und mein wohl auch Lieblings Let's Play. Es ist jetzt kurz nach Mitternacht und jetzt ist es endlich spielbar und zwar Resident Evil 5 auf der Xbox One. Natürlich will ich euch natürlich auf jeden Fall das nicht vorenthalten hier und startet dann mal das Spiel und ihr habt genauso viel Spaß wie ich es auch habe. Ich weiß nicht, wie ich es auch habe, wie ich es auch habe. Los! 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 Captain Deschatt, wir haben die Untergrund geschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 huruf sich das Befahler, 2017 Bezug auf submergte Sollte ich erstmal gucken, bewegen, bewegen ist immer gut. Ja, ich geh mal lieber zur Seite hier, bevor der mich umhaut. Was ist jetzt los? Ja, ich geh mal lieber zur Seite hier, bevor der mich umhaut. Ja, ich geh mal lieber zur Seite hier, bevor der mich umhaut. So, gehen wir mal hier lang. Und für Super steht da natürlich einer. Na, wir kommen doch glatt. Ja, ich geh mal hier. Ich habe deine Weapons für dich hier. Aber glatt doch, natürlich, das machen wir doch gerne. Noch was drin? Ne, anscheinend nicht. So, so ist es zielen, gut, sehr gut. Muss ja gucken, ob das noch, ob sie wie oft da dreisichtig ist. Natürlich. Nur. Was anderes machen wir doch gar nicht. Da muss ich natürlich gucken. Äh, raufschießen will ich eigentlich nicht. Ah. So kann man es mit dem Bienen auch machen. Da muss man mal gucken hier. Ah, das war nichts Besonderes. Das auch nicht. Dann gehen wir doch mal glatt hier lang. Dann rennen wir doch mal hier runter. Hier war doch irgendwo eine Tür. Oder eben keine Tür. Dokument ist kraglich. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde, man kann es lesen. Oh ja, das ist immer gut. Kräuter sind für den Anfang, wenn man das zum ersten Mal spielt. Sehr, sehr, sehr wichtig. Und da ist noch eins. Sonst stirbt man die ganze Zeit hier weg. Oh ja, da schreit schon wieder einer. Natürlich haben wir das gehört. Komm, wir rennen mal. Steckt mir den Käfer in den Mund. Steckt mir den Käfer in den Mund. Schau! Schau! Du bist okay? Mediärchen. selbstgemacht ist hier noch was oh ja, Munition ist immer gut ich glaube, hier lang geht es irgendwie ja genau, da kommen sie nämlich alle schon oh, ich liebe diese Szene, oh Gott und das mit der scheiß Munition oh, na wir müssen nach diesem Haus wir haben eine bessere Chance von ihnen zu kämpfen komm in, Kirk die Lokale waren und wir mussten benutzen wir haben keine Kontingenzen für diese Situation jetzt brauche ich natürlich Munition, weil ich die verballert habe Handgranate sehr schön ah, hier haben wir noch ein bisschen was schwer mit so wenig Munition klar zu kommen wenn du sonst immer relativ viel hattest dann 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 irgendwann dann 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 Das war's für heute. Der riesige Henker. 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 Kirk, come in. The locals are hostile. The gate is sealed and we're trapped. We need backup and we need it right now. We need help. We need help. We need help. You hear that, Sheva? Help's on the way. Got it. We just have to jump, quick. We need help. Oh God, that's the Henker. Oh God, that's the Henker. We need help. We need help. We need help. Was für eine Munition kann man gar nicht haben. Oh, da war noch was. Oh, da war ich hier. Oh, scheiße. Oh, dieser blöde Henker lebt ja immer noch. Oh, ist der ätzend. Oh, da ist er ja schön. Boah, hat der hier abgeräumt. Kommt der auch hier hoch? Oh, der kommt hier auch hoch. Sehr nice. Nein, wir schichten doch nicht. Na gerne doch. Ich bin jetzt dieser blöde Henker. Ja. Okay, okay, okay. Ich habe keine Munition mehr. Okay. 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 Ah, wir mussten das hier erstmal nur überstehen. Take cover! So, dann haben wir auf jeden Fall Kapitel 1.1 hier auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. Ich hoffe, es hat mir auf jeden Fall gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschauen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer OEHSA und tschüss! Das war's für heute, die wir im Untertitel machen. Die Körnerin, die wir im Untertitel machen wollen, die wir im Untertitel machen wollen, wir finden uns nicht mehr so gut, dass wir im Untertitel machen wollen. Wir sehen uns nicht mehr so gut, wie wir die Körnerin machen wollen. Untertitelung des ZDF, 2020